Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Wenn man als Sohn eines erfolgreichen Vaters in die Fußstapfen desselbigen tritt, dann ist die Erwartungshaltung der Menschen natürlich enorm groß. Doch unser heutiger Gast hat sie vollkommen erfüllt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Matthias Plachter von den Mannheimer Adlern. Was ich jetzt gesagt habe, Matthias, ist das richtig? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Und ich glaube, du solltest wissen, dass ich mit Selbstlob nicht um mich werfe. Deswegen, es war eine andere Zeit damals. Ich denke, mein Papa war ein anderer Spielertyp an sich. Aber ich denke, wenn man, keine Ahnung, ich könnte jetzt lügen, weil ich es nicht genau weiß, 800 Spiele in der DL gemacht hat, hat man einiges richtig gemacht. Und ja, er war mein Vorbild für mich. Er hat mich geprägt in jeglicher Hinsicht. Deswegen, wenn es so sein sollte, dann ist es ihm zu verdanken. So oder so. Ja, aber das ist ja leicht gesagt, nicht wahr? Wenn man sagt, das war mein großes Vorbild. Ja, mein großes Vorbild, andere sagen ja, mein großes Vorbild war Wien Gretzky, war das. Lässt sich leicht sagen, aber war es tatsächlich so? Ich meine, natürlich, du bist ein kleiner Junge, du gehst mit zu den Spielen. Ich habe den Wolf hier erlebt, den David Wolf hier bei den Spielen, bei den Adlern damals war, wo sie noch MRC hießen. Und auch der Dustin Kuhl zum Beispiel, als sein Vater noch gespielt hat. Ist es so gewesen tatsächlich? Ja, ich denke, man kommt irgendwo nicht drumherum, wie du schon sagst. Als ich die Anfangszeit, bis wir uns in Schwenningen niedergelassen haben, wirklich jedes Mal mitgezogen bin, von Freiburg kann ich mich nicht erinnern, aber Landshut vor allem, dann in Oberhausen. Das sind halt so Stationen, wo du halt täglich, wenn du kannst, mitten in die Halle kommst zum Training. Und natürlich siehst du auch andere Spiele, aber der Fokus liegt immer auf den Vater. Und ich denke, ich habe viel gelernt von ihm. Und natürlich war es mein Vorbild. Natürlich hat man auch andere Vorbilder. Also jeder, der sagt, er hat nur eins, der lügt natürlich. Man schaut auch in die NHL, wo es halt nochmal anderes Kaliber gibt. Aber ich denke, so an sich würde ich schon behaupten, dass es mein Vorbild war. Es gibt ja immer diese Unterscheidung. Die einen Kinder folgen dem Beispiel des Papas oder der Mama, wenn die eine erfolgreiche Sportlerin ist. Andere haben überhaupt kein Interesse daran. Kannst du dich erinnern, warum es dich dann... Ja, du kannst. Ich weiß schon ganz genau, wo die Frage hinkommt. Natürlich, du weißt eh immer, wo meine Frage hingeht. Also vorneweg, ich sehe das ja auch bei Spielerkollegen oder so, wie die Kids aufwachsen oder ob sie Lust haben, überhaupt Eistik zu spielen. Und ich finde halt, dass manche Eltern, ob sie jetzt erfolgreich waren im Eistik oder überhaupt was mit dem Eistik zu tun haben, du darfst Kinder niemals irgendwo hinschieben, wo sie nicht hinwollen, weil sonst wird es nie erfolgreich sein. Also das ist mal vorneweg. Aber ich weiß, dass ich damals schon zu Hause Eistik gespielt habe wie so ein Verrückter. Weil natürlich wird man damit konfrontiert und man hat irgendwie keinen Ausweg an sich. Aber ich hatte immer Bock. Mein Papa war jetzt keiner, der jetzt gesagt hätte, du musst, du musst, du musst. Man weiß es nicht natürlich, weil ich wollte, wollte, wollte. Deswegen war das so eine Sache, zum Training nach Hause, zum Spiel vom Papa nach Hause und zu Hause weitergespielt. Also da war irgendwie nur die Frage, ob ich es überhaupt schaffen werde. Aber der Weg an sich, dass ich Eishockey-Spieler werden wollte, war von Anfang an klar, ja. Weil du es gerade angedeutet hast, wenn man der Sohn ist eines Eishockey-Spielers oder eines Profis, egal in welcher Sportart, kommen natürlich auch immer Umzüge dazu, weil der Vertrag läuft aus, dann geht er woanders hin, dann geht er da hin. Hast du Erinnerungen daran, wie das war? Weil du es auch gerade eben erwähnt hast, von Landshut dann rüber nach Freiburg. Damals ja ein großer Club Freiburg, heute nicht mehr. Ja, von Freiburg nach Landshut. Also die Zeit in Freiburg, kann ich mir hinterweichen, ein Jahr oder ein Jahr, eineinhalb irgendwie, wo wir umgezogen sind. An die Zeit kann ich mich nicht erinnern. Da haben wir vor ein paar Jahren mal an Weihnachten ein paar Videos noch der Feuerkassette geschaut und war eigentlich ganz lustig. Aber an die Zeit kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also das Erste, was mir so im Gedächtnis ist, ist wirklich Landshut. Und ja, man wächst halt mit, also als kleines Kind auf und natürlich, was hat man? Und Freunde, das ist halt das Ding. Man hat Schulfreunde, man hat Freunde aus dem Eishockey und so Sachen. Und wenn die dann halt weggenommen werden und du musst neu anfangen, ist das für ein Kind nicht schwer. Ich glaube, ich war sechs, als wir umgezogen sind. Das ist halt ein schwieriges Alter für neue Schule, neues Bundesland. Wir haben in Duisburg gewohnt, mein Papa in den Oberhausen gespielt. Das ist nicht so einfach. Und dann zwei Jahre später wieder umzuziehen, das war halt in Landshut, hatte ich das in den Luxus, dass er wirklich fünf Jahre dort gespielt hat, was ja heutzutage auch nicht mehr so gang und gäbe ist, weil ja, das Business schon sehr schnell lebig geworden ist. Aber wie gesagt, ich glaube dann, das war nicht meine Entscheidung natürlich, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, in Schwenningen ist die Nachwuchsarbeit gut, die Schule war gut. Und dann haben sie sich halt umgeschaut nach dem Haus, das hat gepasst. Und dann haben sie gesagt, alles klar, wir lassen uns hier nieder. Da da ein gutes Nachwuchsprogramm vom Eishockey her, die Schule passt. Und mein Papa hat dann den Weg selber bestritten. Er ist nach Nürnberg weiter für ein Jahr und dann war er wieder sehr lang in Hamburg. Und das war dann mehr oder weniger, jede Ferien waren dann halt für mich immer ein Highlight, weil ich wieder, wie es früher gewohnt war, eigentlich immer in die Halle konnte zum Training und zu den Spielen. Sonst war das halt damals auch noch nicht im Pre-TV. Also war das eher so der Teletext, der dann verraten hat, wie viel es stand oder was. Ja, es war eine andere Zeit. Ich meine, jetzt heutzutage wäre es nicht so schlimm, da könntest du den Fernseher anmachen, schaust es dir an und dann siehst du ja alles. Aber damals gab es keine Möglichkeit. Da war ein Spiel, glaube ich, pro Woche auf Premiere damals noch. Nebensächlich davon, dass wir kein Premiere hatten. Aber wenn der mal das Spiel erwischt hatte, sind wir halt in irgendein Restaurant gegangen, haben sie es angeschaut. Aber das ist halt, wie gesagt, wie oft kommt das vor. Deswegen war das nicht einfach. Aber ich glaube, ich bin nicht böse drum, weil es prägt auch ein bisschen so Social Skills und man lernt viel für sich selber, auch in so einem jungen Alter, wie man so vorankommt im Leben. Ich kenne dich natürlich viele Jahre als Eishockey-Spieler. Ich weiß nicht, wie du im Privaten bist. Ich weiß, dass du gerne zockst. Stimmt das? Ja, ich zocke gern. Ja, was denn? Ich muss sagen, wir zocken halt immer im Bus. Karten haben wir hinten zwei Tische im Bus, wo halt die Jungs sitzen, die gerne Karten spielen. Manche sitzen vorne und schlafen, Kinder zu Hause, weiß ich nicht, wie es ist. Da muss man den Schlaf nachholen. Manche schlafen im Bus, manche schauen auf dem iPad irgendwelche Shows an oder Filme. Manche zocken, wie der Robo zockt vorne irgendwas auf dem Laptop, keine Ahnung was. Aber ja, also eigentlich ganz gerne Karten spielen. Ich zocke gerne auf dem Golfplatz. Also auch so. Ich gehe auch gerne mal ins Casino, einfach so zum Spaß. Und ja, mir macht es einfach riesen Spaß. Ja, weil du das gerade erwähnst, was mir am meisten auf die Nerven gehen würde, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt zwei Spiele am Wochenende, mindestens. Manchmal noch ein drittes unter der Woche. Dann fährst du mit diesem beschwerten Bus stundenlang durch diese Republik. Jede Woche. Ich denke immer, das ist ja auch, wenn ihr Heimspiele habt und der Gegner ist da und die kommen dann raus, kriegen Essen geliefert. Also irgendeine, keine Ahnung, Pizza oder sonst irgendwas. Und dann fährst du wieder sechs Stunden durch die Gegend. Das ist nicht brutal nervend. Ich muss sagen, dass wir den Luxus in Mannheim zu haben, dass wir sehr zentral liegen in Deutschland. Das stimmt. Und wir auch, sag ich mal, ein sehr wohlhabender Klub sind, die auch die Parameter schaffen, um das zu erleichtern. Also wir fahren, ich glaube, unser weiteres Ausverfahren ist Straubing und Wolfsburg. Nach Berlin fliegen wir, nach Bremerhaven fliegen wir meistens, wie es sich halt ergibt. Also ich sage, da können wir uns in Mannheim überhaupt nicht beschweren. Aber ich glaube, wenn man andere Mannschaften in der Liga ansieht, die halt mit viel weniger Etat umgehen müssen, wie jetzt zum Beispiel Bremerhaven oder Schwenningen, die halt an wirklich Enden von Deutschland liegen, die halt dann wirklich stundenlang im Bus sitzen, dann wäre das, ich weiß nicht, ob ich das mit meinen 32 Jahren noch hinbekomme, nachdem ich das jetzt so erlebt habe, in meinem Leben eigentlich nur die kurzen Busfahrten zu haben. Deswegen, also ich kann mich nicht beschweren hier in Mannheim. Ich rede mal ein Stück weit über deine Karriere, die ja, wie du es schon geschildert hast, dann auch in diesen diversen Klubs und Freiburg und dann Mannheim. Und dann ging es aber irgendwann nach Nordamerika. Natürlich, Nordamerika ist das Ziel eines jeden Eishockey-Spielers, wahrscheinlich von zwei oder drei Jahren an. Das hat nicht ganz funktioniert, Matthias. Warum nicht? Es hat nicht ganz geklappt, dahin, wo du wolltest. Nee, auf gar keinen Fall hat es geklappt. Ich würde sagen, das war, viele Komponenten haben da eine Rolle gespielt. Ich denke, es ist anders einfach, nicht nur von der Eisfläche her, auch von dem Klima, wie man behandelt wird. Ich denke, mein Papa hat das dann, ich hatte wirklich auch kurzzeitig eine schwere Zeit, mir das überhaupt erklären zu können, weil ich weiß ja, dass ich Eishockey spielen kann. Ja. Auch gut. Kannst du, ja. Deswegen war das für mich halt schwer zu, oder mir selbst zu erklären, wieso das gerade so ist, wie es ist und warum kriege ich nicht die Hilfe, die ich brauche. Und mein Papa hat was gesagt, was mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Er hat gesagt, so, pass auf, er ist auch Trainer. Er hat gesagt, in Mannheim hat dein Trainer 25 bis 28 Spieler, die müssen funktionieren. Du kannst nicht von links und rechts holen, es geht nicht, du hast deinen Kader, den musst du zum Funktionieren bringen. Und dort ist es anders. Er hat dann gesagt, wenn du nicht funktionierst, dann warten da 40 andere, die deinen Job wollen. Und dann geht es einfach so austauschen, bis halt einer funktioniert. Und das war so, bis ich das dann irgendwann verstanden habe. Natürlich ist dann auch kulturell ein bisschen anders zu leben und so. Das ist alles nicht so einfach, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ich denke, hätte man es nochmal probieren können, vielleicht. Aber ich bin halt ein Mensch, der muss sich wohlfühlen. Und für mich war das halt wirklich ein schweres Jahr. Ich habe viel gelernt auf dem Eis, außerhalb vom Eis, über mich selber. Aber für mich habe ich dann die Entscheidung getroffen, einfach wieder zurückzukommen, weil ich einfach dieses gute Gefühl haben wollte in meinem Leben, weil mir das sehr viel Stress gemacht hat, auch drüben. Und ich muss auch sagen, nachdem ich getradet wurde, also in die Organisation von Pittsburgh, lief es auch viel, viel besser. Und da wollte ich es mir dann wirklich nochmal überlegen. Aber dann kommt halt noch eine andere Komponente, das ist die finanzielle, wo du so einen Einsteigervertrag kriegst dort, das Jahr, wo ich dort war. Und dann der nächste Vertrag wäre halt die Hälfte gewesen. Und das, ich meine, wir arbeiten 15, 16 Jahre, wenn es gut läuft. Und ein Eishockey-Spieler sorgt halt einfach nicht aus, wenn er nicht drüben spielt. Das funktioniert so nicht. Deswegen musst du auch so ein bisschen in die Richtung schauen. Und dann, ich meine, ich war keine 21 mehr, ich war 25 oder 26. Das ist halt ein anderes Alter dann auch schon. Da musst du halt gucken, Zukunft, Familie, hin und her. Und das war halt dann alles so in Kombination, habe ich mich halt dafür entschieden, dann wieder zurück nach Mannheim zu kommen. Pass auf, natürlich muss ich mich als Moderator und Fragesteller auf so eine Sendung vorbereiten. Aber ich frage wirklich manchmal ganz naiv. Geld ist natürlich wichtig, wie du sagst. 16 Jahre, du machst deinen Beruf 17 Jahre. Als Eishockey-Spieler wirst du davon nicht so reich, dass du nie mehr was arbeiten kannst. Das ist klar. Aber wie sehr spielt diese Komponente eine Rolle, wenn du zu einem Verein gehst? Weil es gibt ja viele, die sagen, okay, in Mannheim kriege ich 20.000 mehr, da gehe ich nach Mannheim, bleibe ich nicht in den Bremerhaven. Oder, keine Ahnung, ich gehe nach München, da kriege ich 30.000 mehr. Ist das letztendlich ein Faktor, machst du dir ganz naiv und ganz ehrlich gefragt, Matthias? Ja, definitiv. Also ich würde lügen, wenn das nicht stimmt. Also jetzt, wie gesagt, ich kann nur für mich reden. Ja, klar. Aber ich weiß, dass von anderen das so ist. Also wenn irgendwo es mehr Geld geben würde, ist das natürlich, du bist ja auch niemandem was schuldig. Genauso ist das andersrum in der Hinsicht. Deswegen, du musst ja eigentlich schon in der Hinsicht, wenn es nicht auf dem Eis ist, schon auf dich selber gucken. So eigensinnig musst du dann schon sein, weil du willst ja jetzt nicht, weil es schön ist in Bremerhaven, in Bremerhaven bleiben, obwohl du das Doppelte woanders verdienen kannst. Das wäre ja aber Schwachsinn. Also wie gesagt, wenn das jetzt Millionenverträge wie im Fußball wären, dann könnte man da vielleicht noch drüber streiten, ob man das Wohlbefinden über noch mehr Geld, wenn man dann ewig nicht mehr arbeiten muss. Aber im Eishockey ist es halt so, wir verdienen sehr gutes Geld. Aber es reicht halt nicht, dass du, wie du sagst, einfach dann den Larry machst und dich hinlegst am Strand irgendwo und nichts mehr machen musst. Das funktioniert halt nicht. Deswegen musst du schon schauen, wenn du die Möglichkeit hast, mehr Geld zu verdienen, natürlich mehr Geld zu verdienen. Das wäre auch gelogen. Ich denke, man sieht es jetzt im Golf, ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit dieser Lift-Tour. Also ich muss sagen, dass die Leute halt irgendwie böse sind und jetzt machen sie eine Liga zusammen. Also das ist auch totaler Schwachsinn, dass jeder böse auf die war, die das Geld genommen haben. Also im Endeffekt siehst du ja, Geld regiert die Welt. Deswegen, also das ist für mich halt, man sieht es in der NHL, Leute gehen weg, weil sie mehr Geld verdienen. Das ist halt einfach normal. Das ist heutzutage, wenn du ein besseres Jobangebot kriegst von einem anderen TV-Sender, also da braucht man sich nicht drüber hinterhalten. Ja, natürlich. Nein, nein, ich frage nur ganz bewusst, wie spielt das im täglichen Leben eine Rolle? Ich meine, du unterzeichnest einen Vertrag, dieser Vertrag läuft zu Ende und dann kommt ein Angebot und denkst du dann drüber nach, okay, Bremerhaven ist die schönere Stadt, aber München bietet 5000 mehr, aber Straubing ist eigentlich auch nicht schlecht, weil da ist die sportliche Perspektive nicht schlecht, aber ich kriege ungefähr das Gleiche wie da und da. Ja gut, das ist nicht nur Geld, aber das ist ja nicht nur Geld. Also ich denke, jeder, der nach Mannheim kommt, ich denke, Mannheim zahlt gut, es gibt andere Mannschaften, die zahlen das Gleiche und dann musst du halt abwägen, okay, wie ist das Umfeld, wie ist die Arena, wie sind die anderen Mannschaftsmitglieder, Häuser und da gibt es ja viele Komponenten und dann das Endprodukt ist dann halt, kann ich hier gewinnen? Es gibt Menschen im Eishockey oder allgemein im Sport, die gucken halt auf ihren eigenen Erfolg oder dass sie halt am meisten Geld verdienen, aber es gibt auch manche, die dann sagen, okay, vielleicht für 5000 Euro weniger gehe ich woanders hin, wo ich mehr Erfolg haben werde als Mannschaft, weil ich noch nie was gewonnen habe. Also wie gesagt, deswegen kannst du nicht alle über einen Kampf schweren, aber wenn es halt dann das Doppelte ist, dann glaube ich, entfällt der Rest von den Fragen und du nimmst das Geld, das ist normal. Was sind deine Gründe für die Entscheidung, dass du so lange schon in Mannheim spielst, was ja jetzt, um jetzt nochmal darauf zurückzugreifen, kein einfaches Umfeld ist. Natürlich verdienst du in Mannheim gutes Geld, das wissen wir ja alle, müssen wir uns doch nichts vormachen. Du verdienst mehr als in Straubing verdienen würdest, auch das ist klar, aber es ist ein schwieriges Umfeld. Ja, es ist ein sehr schwieriges Umfeld, aber ich glaube, erstens, ich bin mit 15 hergekommen, habe die Jugendarbeit durchgemacht und bin jetzt schon so lange hier, hättest du mir die Frage vor 10 Jahren gestellt, wäre die Antwort, weiß nicht, ob es die gleiche wäre, aber ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier, ich habe alle meine Freunde hier, ich wollte, dass meine Eltern hierher ziehen, das ist noch in Arbeit, aber mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Meine Oma wohnt in Kaiserslautern, mein Onkel wohnt in Kaiserslautern, also ich habe viel von meinem Leben einfach hier und ich weiß, dass ich irgendwann mal, also auf jeden Fall jetzt die nächsten Jahre noch hierbleiben werde, deswegen, also das ist jetzt ums Umfeld hin oder her, ich meine, das ist auch eine Challenge für mich, ich bin damit aufgewachsen, das ist im Nachwuchs hier in Mannheim nicht anders gewesen, die haben in zwölf Jahren elfmal Meisterschaft gewonnen, also das in dem Alter auch schon Druck da, sag ich mal, und du kriegst es dann so mit und das Jahr in Halbbronn war so ein Zwischenweg, aber dann, wo du bei den Adlern bist, es weht halt anderer Wind, da musst du gewinnen, weil alle, wenn du nicht gewinnst, waren die Saison scheiße und ich meine, ich habe es jetzt in meinen Jahren hier schon viel gesehen, dass Top-Spieler aus anderen Mannschaften hierher kommen und einfach scheitern, weil sie mit dem Druck nicht klarkommen. Ich denke, wenn man sieht hier viele Spieler, die hier lange gespielt haben oder noch spielen, schon lange hier sind, das ist halt eine Komponente, die vielen Leuten einfach gar nicht so im Kopf fällt, wie sie auch mit dem ganzen Druck umgehen, mit dem Umfeld umgehen, das ist halt nicht so einfach immer. Moment, Moment, Matthias, Entschuldigung, ich muss reingrätschen jetzt ein bisschen, weil wir haben uns natürlich auch schon in der Vergangenheit oft darüber unterhalten, ich sage das ja jetzt auch bewusst, das ist ein schwieriges Umfeld, aber merkt man das als Spieler? Natürlich gilt es in Mannheim, Meisterschaften zu gewinnen, natürlich gewinnt Mannheim aus welchen Gründen auch immer anders als Berlin oder München in den letzten Jahrzehnten leider viel zu wenige Meisterschaften, das muss man einfach so deutlich sagen, aufgrund dessen, was es hier an Infrastruktur gibt. Aber merkst du das als, was ist das als Spieler? Versuch es mir zu erklären, ich bin dumm. Ja natürlich, ich bin dummer Journalist, wir sagen das so einfach, weil wir machen uns das Leben ja auch leicht. Ja natürlich, es fängt an von, sag ich mal, du musst, du wirst erkannt auf der Straße, das ist in anderen Eishockey-Vereinen schon mal nicht. Das heißt, du musst dich in jeder Zeit einfach benehmen auch. Es gibt Städte, wo, ich würde sagen, in München kennt keiner in der Stadt einen Eishockey-Spieler, dass einer hingeht. Also klar, kommst du vielleicht mal vor, aber das funktioniert so nicht. Also du kannst ein Restaurant machen, was du willst, hin oder her. Hier, ich meine, du kriegst es ja mit, Leute laufen an dir vorbei und du hast ja irgendwann so ein Gespür dafür, ob sie jetzt wissen, wer du bist oder nicht. Du musst immer freundlich sein, was die meisten ja von uns eh sind, darum geht es ja nicht. Aber du hast schon irgendwie so eine Vorbildfunktion auch für Jüngere und hin und her und alles. Du weißt, das ist halt auch nochmal eine Aufgabe, dann, wie gesagt, der Druck, einfach Erfolg zu haben. Auch wenn es jetzt, wie du schon sagst, das unterschreibe ich vollkommen, viel zu wenig war in den letzten Jahren, aber das kommt alles so ein bisschen zusammen. Deswegen, ja, Fans haben Ansprüche. Ich meine, wir haben auch ein enges Verhältnis zu den Fans, würde ich sagen. Also viel Austausch, es gibt viele Autogrammstunden, viele Aktionen für die Fans. Und dann ist es halt so, dass du dir das auch mal anhören musst, kannst. Ja, und das ist halt so, da kommt viel zusammen, würde ich sagen, so in allem. Du kommst halt nie weg. Wir wohnen hier im Sommer, da kommen im Sommer auch Leute und sagen, was war das für ein Scheiß letztes Jahr? Oder auch im Winter, was war das gestern? Ich weiß noch, ein Erlebnis, das werde ich, letztes Jahr, wir waren in einem Restaurant mit ein paar Jungs und dann kam wirklich so eine ältere Dame, ganz, ganz lieb eigentlich ausgeschaut und kommt zwar zu uns an den Tisch und sagt so, guten Appetit, aber ich wollte euch sagen, gestern, das war absolut scheiße von euch. Ja, was sagst du dann zu der älteren Dame? Ja, das war es so, oder? Ja, natürlich, aber das ist halt so, das passiert nirgendwo anders, aber irgendwo ist es auch lustig und irgendwie ist es auch schön, dass die Leute halt wirklich mitfiebern und dass die Stadt oder die Region einfach auch für den Erfolg lebt, genauso wie wir. Deswegen ist es halt so ein schmaler Grad zwischen allem. Ja, ich kann dir nach 32 Jahren Berichterstattung über die Adler sagen, den Spruch, den ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist, wenn einer zu dir kommt und sagt, Herr Lang, was ist denn eigentlich mit der Adler? Ja, es ist passiert wirklich, das ist echt so, ihr verliert fünf in Folge oder ihr seid auf Platz sieben, ich habe keine Ahnung, oder die Playoffs sind wieder mal, keine Ahnung, früher aus wie, Herr Lang, was ist denn eigentlich mit der Adler los? Woher soll ich es rissen, wer bin ich, bin ich Jesus oder was, der es erklären kann? Aber lass uns doch auch mal über diese positive Seite reden, weil es ist ja auch immer, wenn dann so eine Meisterschaft gelingt und du hast es ja mitgemacht, was ist das für ein Gefühl? Ich meine, das ist ja die andere Seite von einer Eishockeystadt, lässt sich leicht sagen. Es ist ja die andere Seite, wenn so eine Arena explodiert. Und das ist ja... Ich meine, ich glaube, ich hatte jetzt beide Seiten auswärts gewonnen und zu Hause gewonnen. Ja, ja, in Ingolstadt. Ja, ja, in Ingolstadt und halt daheim gegen München, das war schon... Ja, München, ja. Das ist verrückt halt einfach, das ist Gagaland für eine Woche halt. Egal, also jetzt, wenn du siehst, wir sind aus Ingolstadt wiedergekommen, da warten einfach 4000 Leute um, schieß mich tot, drei, halb, vier nachts in der Arena. China, also wo gibt es sowas? Weißt du, ich meine, das ist halt unfassbar. Und ich meine, die Autokorse in der Stadt oder da geht es ja von A bis Z auf den Maimarkt, die Autogrammstunde, die oder... Also du hast hier so viele Sachen, wo du dann einfach danach denkst. Ich meine, für uns, wir hatten das gegen München, hatten wir das das zweite Mal. Und was schön war, das zweite Mal, du weißt so ein bisschen, was auf dich zukommt, dann kannst du es viel mehr genießen. Ich weiß noch, wo der Kinky damals zu mir gesagt hat, beim zweiten Mal, der so jetzt weißt, was auf dich zukommt, jetzt genießen wir es richtig. Da habe ich gesagt, so, alles klar. Bei dem war das halt schon der dritte quasi und der hat den zweiten schon genossen. Und bei mir war das halt, du warst komplett überfordert mit allem. Du wüsstest ja gar nicht, was auf dich zukommt. Dachte so, okay, vom Rathaus in so ein Autoding rein und dann fahren wir halt mal kurz in die Stadt, wird eh keinen so interessieren oder so. Nein. Ja, also das war halt komplett verrückt. Und dann war das halt einfach wirklich einfach komplett überfordert. Von A nach B, da kommen Leute, wollen alles und du so. Und beim zweiten Mal ist es halt so, feierst einfach mit den Leuten. Du merkst halt, wie viel das den Leuten bedeutet einfach, wenn du hier mal wirklich gewinnst. Und ich weiß noch, die Ausländer, die waren ja einfach komplett perplex, weil sie das auch das erste Mal gewonnen haben. Die wussten ja auch gar nicht, mit sich umzugehen. Auch einfach so, wie ich es beim ersten Mal. Ich habe gesagt, entspannt euch einfach, genießt es einfach. Aber das kannst du ja jedem erzählen. Und dann denkst du dich, ich muss das zweite Mal gewinnen. Und dass du es wirklich realisierst, was überhaupt passiert. Und dann, ja halt, wie gesagt, das ist einfach, das ist nicht nur, wenn du gewinnst. Das ist ja auch so. Ich meine, allein wenn du Spiele gewinnst, du siehst, wie die Leute mit dir feiern oder wie viel auf der anderen Seite Zuspruch du auch bekommst. Das ist halt eine Achterbahnfahrt. Und das ist halt viel, viel, viel Gutes und auch ein bisschen was Schlechtes, natürlich. Aber das ist normal im Leben. Und man muss halt einfach lernen, damit mit allem umzugehen. Und ich finde es halt einfach cool, jetzt schon so lange hier sein zu dürfen und so viel mitgemacht zu haben. Und für mich ist es halt einfach, ja, ich muss immer wieder drüber lächeln, wenn ich dann überhaupt zu Hause sitze oder so und mir alte Bilder von Meisterschaften anschaue oder von alten Teamkollegen, mit denen ich hier lange Zeit gespielt habe. Oder ich weiß noch, der Dennis letztes Jahr, wo er noch geschrieben hat in den Playoffs, dann hat er mir Bilder dann irgendwann im Halbfinal geschickt von dem Foto, wo er aus der Limousine aussteigt in der Halle und so Zeug zur Motivation. Ich meine, das sind Freundschaften, die einfach entstehen, auch mit Spielern. Ich denke, jeder hat so seine Verbundenheit zu der Region gefunden. Ich meine, der Dennis, klar, wohnt der in Augsburg, aber Mannheim ist immer in seinem Herzen. Ich meine, der hat viele Freunde hier gefunden, hat zehn, ich glaube, zehn oder neun Jahre hier verbracht. Mindestens. Also das, wie gesagt, ich glaube, viele Klubs haben das nicht, dass du so verbunden bleibst mit der, nicht nur mit dem Klub, aber auch mit der Region. Ich schreibe immer noch mit dem Metro zum Beispiel. Er sagt, er will unbedingt mal wieder kommen, weil er in die Pfalz will und so. Es gibt halt hier in der Region so schön viele Sachen, wo man unternehmen kann und auch, ja, wie gesagt, es gibt so viele schöne Sachen. Das ist interessant, weil, okay, jetzt haben wir so ein schönes, langes Gespräch, Gott sei Dank, und nicht die üblichen Interviews nach dem Spiel. Wie war das Spiel? Sag mal was, Matthias. Warum habt ihr heute verloren? Diese ganze Quatsch, den wir jetzt sagen. Aber ist das tatsächlich so? Ich meine, ihr seid Menschen. Das muss man immer wieder, und das sage ich auch immer wieder, ihr seid ja keine Roboter. Ihr seid ja keine Roboter. Und keiner von euch geht auf das Eis, auf den Sportplatz, auf das Fußballfeld, auf das Handballparkett, um zu verlieren. Weil dann wärst du nicht Profi. Natürlich nicht. Und natürlich willst du gewinnen. Das ist ja logisch. Ich gehe mit meinen 61 auf den Tennisplatz und ich will alles bloß nicht verlieren. Okay, das ist ganz normal. Wie nah geht dir das denn, wenn du dann tatsächlich, du kriegst einer auf die Nuss. Das geht 1 zu 6. Da drüben wird gepfiffen. Kriegt der das mit? Nimmst du das wahr und wie nah geht es dir? Also ja, ja und ja. Ja, ja und ja. Alles gut. Also du kriegst alles mit. Also natürlich. Also wenn du ausgefiffen wirst oder so, das ist dann schon, sag ich mal, also das, was du sagst, stimmt vollkommen. Du spielst und es sind halt trotzdem immer zwei Mannschaften auf dem Eis. Natürlich bist du wahrscheinlich großteils der Favorit, aber es spielen halt trotzdem zwei Mannschaften. Und es gibt halt, das ist menschlich, dass du halt Abende hast, wo es halt einfach nicht läuft. Logisch. Oder auf der anderen Seite, es gibt halt Abende für eine gegnerische Mannschaft, bei denen halt alles läuft. Die kriegen die glücklichen Springer ins Tor oder Abfälscher, was weiß ich. Und dann ausgefiffen zu werden, das tut schon weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind auch alle wirklich angefressen. Das merkst du auch so, weil wir wissen einfach, was wir eigentlich können und was wir eigentlich wollen. Und wenn du dann halt wirklich eine auf die Mütze kriegst, wie du sagst 1 zu 6 oder so, und du hast halt wirklich schlechtes Spiel abgeliefert. Also, weil das ist auch immer so ein Unterschied, finde ich, dann, wenn du sagst, okay, du hast jetzt gegen Bremerhaven als Beispiel 3-2 verloren, aber du hast brutal dominiert, aber der Torwart hatte einfach einen unglaublichen Tag von denen. Du hast fünfmal Pfosten getroffen. Dann gehst du in die Kabine und sagst, ganz ehrlich, wenn du das ganze Jahr so spielst, gewinnst du die meisten Spiele. Das ist halt immer so ein schmaler Grad. Aber wenn du halt wirklich schlecht spielst, dann ist die Stimmung schon miserabel bei uns. Und dann halt ist mehr oder weniger das Pfeifen dann nochmal so das I-Tüpfelchen da oben drauf, was halt nochmal mit dem Hammer oben drauf klopft, was halt überhaupt nicht schön ist für einen. Aber mein Gott, das ist halt dann so kurz Zeitgedächtnis. Meistens geht es am nächsten Tag schon wieder ins Training und dann wird es analysiert. Keine Chance. Du musst am nächsten Tag mehr. Ich will jetzt wirklich nicht zu viel von mir erzählen. Deinem hohen Alter. Aber trotzdem, wenn ich ein Tennisspiel habe, gehe ich abends ins Bett und mir fallen noch ein paar Szenen von diesem Tennisspiel ein. Warum hast du den Ball da ins Aus geschrottet? Warum bist du da nicht schneller ans Netz? Und ich weiß von anderen, ich weiß noch, Dinky, Markus King, langjähriger Kapitän, hat mir gesagt, das geht ihm ganz genau so. Da war es noch voll die ganzen Szenen im Spiel. Wie ist es denn bei dir? Ja, definitiv. Ist das so, ja? Ja, ja, total. Ich glaube, mittlerweile ist es eigentlich ganz angenehm, weil je nachdem, wie schnell unser Videocoach die Clips schneidet, du teilweise auch am gleichen Abend noch die Clips bekommst, wo du dir anschauen kannst. Und wenn nicht, hast du mal in der Sport zu Hause, wo du mal kurz, ich meine, du hast ja ungefähr das Gefühl, für manche Szenen waren die Waren im ersten, zweiten, dritten Drittel und dann suchst du die. Also es kommt schon ab und zu vor, wenn ich irgendwas Dummes gemacht habe in meiner Sicht oder irgendwas, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum das passiert ist, dann schaue ich mir das abends zu Hause nochmal an. Zurück- oder vorgespielt und dann schaust du halt nochmal drüber und dann denkst du dir so, okay, so war es oder okay, das war komplett dumm von dir. Also machst du halt deine Gedanken und einfach, ich denke, das ist einfach was, was dich besser macht auch. Einfach so eine kleine Analyse an dich selbst. Natürlich kriegst du es dann vom Trainer oder so auch nochmal gezeigt, aber dann weißt du wenigstens schon, was um was geht. Deswegen ist es ganz angenehm. Ja, ja, ja. Du bist jetzt in einem Alter, in dem man auch so langsam drüber nachdenken muss. Was passiert danach? Hast du das getan? Oder bist du noch zu sehr in der Karriere? Was ja absolut okay ist. Ich muss sagen, ich bin gerade so, würde ich sagen, so zwischendrin. Also natürlich macht man sich Gedanken, aber dass ich jetzt irgendwie sagen würde, konkret, ich weiß, was ich danach mache, ist nicht der Fall. Wie gesagt, sind noch hoffentlich ein paar Jährchen. Deswegen bin ich fit und es läuft eigentlich ganz gut. Deswegen spiele ich so lange, wie ich kann. Das ist das eine für mich, was ich habe. Also mir ist es noch nicht satt geworden und es macht noch riesen Spaß und ich will unbedingt noch gewinnen. Und solange das der Fall ist, spiele ich weiter. Und ich denke mal, mit dem Alter auch, wenn du mir jetzt mit 25 vergleichst oder mit 30, 31, du hast auch ganz anderes Gefühl für dein Umfeld und so, natürlich fängt man dann auch an, irgendwie so ein bisschen zu netzwerken. Man findet auch Freunde außerhalb vom Eishockey und ich glaube, das ist so eine Sache, wo dann einfach auch die Erfahrung fehlt am Anfang, weil du einfach so ein bisschen bläugig durchs Leben läufst und denkst, alles klar, ich spiele Eishockey, der Rest ist mir egal. Und dann mit dem Alter, wenn dir dann schon irgendwann klar wird, okay, irgendwann in näherer Zukunft ist es zu Ende, dann muss man sich halt auch irgendwo vorbereiten. Aber ich glaube, dass jeder, der sich um sich selbst kümmert in der Hinsicht, auch wenn er weiß, was er machen will, eigentlich Erfolg haben wird, weil ich bin der Meinung, dass Eishockey-Spieler von klein auf einfach so sehr gut im Lernen sind und jetzt, wenn du dich irgendwie in was anderes reinfuchsen müsstest, ich glaube, wir haben den Ehrgeiz, einfach in allem gut zu sein. Deswegen, ich sehe es bei anderen Teamkollegen, die was anderes angefangen haben, die haben also meist Erfolg einfach in dem, was sie machen, weil sie wissen, was es braucht, einfach um Erfolg zu haben. Damals im Eishockey und jetzt halt im neuen Leben, sag ich mal, in der Businesswelt oder was auch immer du machen willst. Also du brauchst halt einfach den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein und dann schaffst du das schon irgendwie. Es gibt viele, viele Leistungssportler, Profis, die mir dann auch immer erzählen, wenn man mal ins private Gespräch kommt, was leider ja nicht so oft passiert, die sagen, ich bin mir schon bewusst, dass mein Leben ein Privilegiertes ist. Privilegiert in der Form, ich habe zwei Stunden Training, mir wird vieles abgenommen, ich muss mich nicht um eine Auswärtsfahrt kümmern, ich gehe in mein Hotel, ich kann schlafen und dann muss ich nur spielen. Ist das bei dir ähnlich, Matthias? Ja, mega. Also ich denke, echt? Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein Traumjob in der Hinsicht. Du verdienst gutes Geld, hast nicht so viel Arbeit am Tag an sich. Also ich glaube, viele Leute würden das tauschen, natürlich. Ich denke, wenn man andere, du hast auch Freunde, die normal arbeiten, die dann sagen, wollen wir Mittagessen gehen? Ja, na klar. Ich muss arbeiten bis zum 18 Uhr. Das ist halt so, na logisch. Du verlierst halt irgendwann so den, am Anfang zumindest, verlierst du halt einfach so den, den Sinn für die Realität so ein bisschen, weil du halt viel mit deinen Eishockey-Jungs abhängst, wenn du dann Freunde hast, die normal arbeiten, wenn du sagst so, ey, hast du Lust, das und das zu machen? Auf der anderen Seite macht der das dann andersrum am Wochenende zum Beispiel, wo der sagt so, ey, hast du Lust, Samstag mit ein Bier trinken zu gehen? Dann sage ich so, ich bin in München gerade, ich kann nicht, spiele morgen hier. Und auf der anderen, du musst halt auch sehen, obwohl wir nur zwei Stunden Training haben, du nimmst deine Arbeit, aber auch sehr viel nach Hause mit dem Kopf. Ich glaube, viele von uns zumindest, nicht alle, aber ich denke, ich bin auch so ein Kopfmensch, der halt über vieles nachdenkt, auch wenn er zu Hause ist, nicht nur nach Spielen, nach Trainingseinheiten. Ich denke, du bist auch dann irgendwann so in einem Alter, wo du mehr auch auf die Konstellationen von der Mannschaft schauen musst, auf die Chemie, wie verhält sich wer, was passiert mit dem. Du musst halt so ein bisschen die Leute in die richtige Richtung drücken und so, wenn es einem mal nicht gut geht oder so. Ich denke, da musst du auch so ein bisschen schauen, dass es allen, du musst einfach ein Gefühl für die Leute auch empfinden, so ein bisschen. Und das ist so von, ich glaube, wir haben eine ganz gute Truppe da von den älteren Deutschen, die halt länger hier sind, die auch das gut steuern können. Dann bleib noch ein paar Jahre Profi. Das versuche ich. Alles Gute dafür. Es wäre schön, wenn du diese Jahre auch noch in Mannheim verbringen würdest. Danke für den Besuch. Vielen Dank, Matthias. Danke, danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.